Die Dateien hier im Serverraum können wir bei der CDAT in der Datenablage runterladen. Dazu gehen wir auf cdat.fu-berlin.de und haben wir hier die Möglichkeit, auf das Home-Verzeichnis über Datenablage zuzugreifen. Anmeldung erfolgt dann mit unseren CDAT-Daten. Nach dem Login sehen wir hier den Inhalt unseres Home-Verzeichnisses, eigentlich genauso wie wir es mit ls getan haben. Man kann sich die Dateien in einer Vorschau anzeigen lassen, also zumindest die Textdateien. Und runterladen kann man die Dateien hier auch oder auch löschen. Aber wir laden sie jetzt mal runter hier für Fantastic und Fantastic Clean. Aber eigentlich müssen Sie die Datei, die nicht aufgeräumt wurde, gar nicht runterladen, sondern könnten sie eigentlich direkt löschen. Aber ich mache das mal hier, um zu illustrieren, wie sinnvoll das Aufräumskript für die Weiterverarbeitung war. Die Dateien werden jetzt als komprimierte SIP-Ordner mit dem Namen Ihres Benutzerkontos runtergeladen. Also gehen Sie zum Ordner, in dem üblicherweise Ihre Downloads abgelegt werden. Um die Dateien aber verwenden zu können, müssen wir sie erst entpacken. Und unter Mac klicken Sie einfach auf den SIP-Ordner, dann wird der Ordner entpackt. Und unter Windows entpacken Sie die Dateien am besten mit einem Rechtsklick und gehen dann auf Entpacken. Die entpackten Dateien sollten Sie dann an einen sinnvollen Ort abspeichern, etwa in einem Ordner mit dem Namen des Projekts, an dem Sie gerade arbeiten, vielleicht in einem Ordner des Semesters, in dem Sie gerade sind. Da gibt es natürlich kein richtig oder falsch, aber Sie sollten auf jeden Fall einen eigenen Ordner haben, in dem Sie Rohdaten wie diese klar von annotierten und verarbeiteten Dateien trennen. Und dieser sollte natürlich nicht an dem Ort sein, an dem Sie alle Ihre anderen Downloads haben.